Hallo und herzlich willkommen bei den Zweigperten. Ich bin Laura und zusammen mit Ernst, unserem Testbaby, möchte ich euch heute die Avionaut Pixel Babyschale vorstellen. Warum brauche ich dafür ein Testbaby? Weil an der Pixel etwas ganz besonders ist und zwar hat sich Avionaut Gedanken gemacht, wie man die Sitzhaltung in der Babyschale noch ergonomischer gestalten kann. Das heißt die Hüfthaltung soll möglichst der in einer guten Trage, also der Anhockspreizhaltung, entsprechen. Der Rücken soll ein bisschen rund sein können, der Bauch soll entspannt werden. All das hat man mit einem besonderen Einlegekissen versucht umzusetzen und das zeige ich euch jetzt mal. Dazu muss der Ernst erstmal zur Seite und ihr seht schon das piepst, weil die Schale jetzt nicht mehr richtig fixiert ist. Das ist ein Sicherheitsfeature, da gehen wir nachher noch drauf ein. Hier habe ich die Schale und es gibt mehrere besondere Sachen. Wir fangen aber mal mit dem Kissen an. Ihr seht schon hier dieses eckige Kissen, wo man erstmal denkt, wie soll denn das bequem und ergonomisch sein? Es führt aber dazu, dass das Kind hier drauf sitzt und die Beinchen erstmal so gestützt werden bei einem Neugeborenen. Das heißt, das Kind kann hier im Auto noch ein bisschen mehr um. Das heißt, es ist keine Sitzhaltung, denn in den meisten Sitzen gehen die Beine ja sonst so nach gerade, nach gerade nach vorne, sondern es ist wirklich eine Haltung, in der das Kind hier die Beine schön anwinkeln kann, der Bauch entspannt wird, der Rücken bleibt gerade. Das soll verhindern, dass die Atmung schlechter wird. Das hat man ja manchmal in Babyschalen, betrifft aber vor allem Kinder, die nicht reif geboren werden, also Frühchen. Die kriegen durch dieses Einsinken, wo sie mehr Kraft aufwenden müssen, um gegen den eingesunkenen Brustkorb zu atmen, dann mal schlechtere Werte in der Babyschale, kriegen einfach nicht genug Sauerstoff im Blut. Das soll hier vermindert werden. Noch dazu soll auch der Reflux, das heißt, dass Mageninhalt nach oben fließt, verhindert werden. Das passiert ja oft am Anfang, weil der Schließmuskel des Magens noch nicht so gut arbeitet. Bei manchen Babys mehr als bei anderen und das kann hier wohl auch recht effektiv verhindert werden. Ich kann das Baby erstmal hier so anschneiden. Hier oben habe ich ein Kopfpolster und ihr werdet jetzt schon sehen, das sieht anders aus, als man das kennt. Nämlich das Schloss ist hier unten. Da haben wir natürlich als erstes gesagt, ist das denn gut so? Man kennt das doch eigentlich, dass das hier an den knöchernen Strukturen sein soll. Es ist aber hier so gedacht, dass eben gerade dieser Druck auf die weichen Strukturen, die noch sehr weichen Knochenstrukturen des Babys keinen Druck ausüben, sondern dass das hier unten von dem Kissen abgefangen wird und das Baby hier gesichert wird. Noch dazu ist es hier mit solchen Seitenprotektoren vom Einsatz sehr gut eingefasst und kann da auch nicht rausrutschen. Wir sehen an sehr guten Testwerten, dass die Sicherheit hier wirklich stimmt und dass man einfach mit dieser veränderten Sitzposition mal eine andere Herangehensweise hat an die Sitzposition von Neugeborenen. Wenn das Kind jetzt älter wird, dann kann ich das verändern. Bei dieser Schale verändere ich nicht die Höhe der Gurte, das ist fixiert, sondern ich kann das Kissen rausnehmen. Ich kann das Kissen selber auch noch mal in der Höhe verändern. Hier sind nämlich zwei Teile drin. Das darf ich anpassen und kann mir hier was rausnehmen, so dass das Kissen dann schmaler ist. Das ist sozusagen die zweite Stufe für die größeren Babys. Ich kann das auch ganz rausnehmen. Auch hier die Schulterprotektoren kann ich rausnehmen. Das ist bei einer Schale, die für Frühchen schon geeignet ist. Sie ist ab 2,5 Kilo auf jeden Fall wirklich sicher. Bei so einer Schale ist das total wichtig, weil Frühchen müssen ja oft von vielen Seiten erst mal gestützt werden und dann muss ich das nach und nach rausnehmen können und das muss wirklich gut mitwachsen. Ganz am Schluss, wenn das Kind dann groß ist, nehme ich alles raus. Das sieht hier am Kopf recht weit aus. Man hat aber gesehen, dass es sicherheitstechnisch keine Einbußen mit sich bringt und dass das Kind dann natürlich, wenn es älter wird, einen schönen Blick nach außen hat, das sorgt oft auch für ein bisschen mehr Zufriedenheit im Auto. Ich habe also wirklich hier eine interessante Lösung, die gerade für Eltern mit Kindern, denen am Anfang der Start nicht ganz so leicht fällt, super interessant sein kann. Es ist ein angenehmer Bezug, wie wir das von vielen Schalen kennen, dass man jetzt versucht, nicht mehr so sehr Bezüge zu haben, die sehr schwitzig sind. Das ist hier wirklich ganz schön gemacht. Ich habe hier überall schönen Schaum drunter, sodass das Kind auch dann ohne Einsatz wirklich bequem sitzt. Dann gibt es noch eine zweite ganz besondere Sache und zwar ist diese Schale anders gebaut als die anderen, die wir kennen. Ihr seht nämlich hier unten dieses Material. Das ist wie bekannt von Fahrradhelmen. Das ist so diese In-Mold-Technik. Hier ist unten nochmal ein Schutz drauf, dass das auch, wenn ich es abstelle, hier unten nicht kaputt geht und das ist wirklich stabil. Also wir haben schon gesehen, wie das Teil durch die Luft fliegt, aufkommt. Man muss sich keine Sorgen machen, dass hier irgendwas rausbricht. Das ist schon ein spezielles Material, aber es ist halt unheimlich leicht. Und das ist gerade am Anfang, wenn das Baby und die Schale zusammen immer schwerer werden und gerade für die Mütter, die nach der Geburt dann eigentlich den Beckenboden und Rücken noch schonen sollen, ist das wirklich eine tolle Sache. Die Schale wiegt also keine drei Kilo und das ist echt prima. Ihr habt hier noch den Sonnenschutz. Der wird hier oben dran festgemacht. Wenn man Gewicht sparen will, dann ist das natürlich kein Super XXL Sonnenschutz, den ich auf verschiedene Weiten einstellen kann und so weiter, sondern hier ist wirklich versucht worden, Gewicht zu sparen und dabei die nötigsten Funktionen zu behalten. Ihr könnt die Schale auch auf eine Isofix Basis stellen oder man kann sie eben angurten. Das sieht man hier an diesen blauen Gurtführungen, so wie man das von Schalen kennt. Beckenboden drüber, Schultergurt hinten lang, fertig. Oder ich nehme hier die Isofix Basis. Wie ihr vorhin schon gehört habt, die Isofix Basis hat einen akustischen Warnton. Und sie hat auch hier nochmal eine Anzeige. Wenn ich jetzt mal die Schale hier drauf mache, das geht, das seht ihr hier pieps und es wird grün. Wenn ich sie abnehme, dann wird es wieder rot und piepst. Das Schöne daran ist, ich merke, wenn ich sie nicht richtig aufgeklickt habe, beziehungsweise kriege ich eine klare Rückmeldung. Okay, ist richtig aufgeklickt und es geht wirklich leicht. Wir haben nämlich Schalen, bei denen muss man ganz schön fummeln erlebt und die hier, da muss ich das einfach nur hier hinten einsetzen. Dann drücke ich das nach vorne runter und dann ist das fest und alles gut. Ein zusätzlicher Seitenaufbrallschutz ist auch dabei. Der wird hier mit diesem Schraubenschlüssel befestigt, der hier einfach verstaut werden kann. Den mache ich je nachdem rechts oder links hin, wo eben die Außenseite des Autos ist. Damit reduziere ich hier den Raum, so dass die Schale weniger im Unfall umhergeschleudert wird. Und auch eine sehr schöne Sache, weil sorgt für mehr Beinfreiheit, ist dieser Bügel hier. Das ist ein Anprallbügel, der verhindert, dass die Schale nach oben schlägt im Unfall. Und der macht einfach noch mal ein bisschen mehr Abstand zwischen den Füßen, so dass, wenn das Kind älter wird, dass es auch schön Platz in der Schale hat. Natürlich könnt ihr die Schale auf Kinderwegen aufklicken und zwar hat sie einen Maxi-Cosi-Anschluss. Das heißt, ihr kriegt es eigentlich auf so gut wie jeden Kinderwagen. Denn Maxi-Cosi-Adapter bieten eigentlich alle Hersteller an und damit könnt ihr das hier ganz einfach befestigen. Auf die gleiche Basis passt übrigens der Folgesitz. Das heißt, es gibt von Avionaut auch einen Reboarder, den ihr hier drauf machen könnt. Das ist natürlich ganz interessant. Man kann das alles im Set schon zu einem guten Preis kaufen oder ich entscheide mich später und kaufe den Kindersitz nach. Eine Basis bis zum vierten Geburtstag. Das ist immer preislich ganz attraktiv. Wenn ihr noch Fragen habt zur Pixelschale, dann wendet euch einfach an uns. E-Mail, Telefon oder kommt in den Läden vorbei. Ihr findet alle Infos auf www.zwergpertenshop.de. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss.